Hallo, hallo, happy day! Ja, ich habe euch einiges zu erzählen, mitzuteilen, mitzugeben. Schau dir das Video unbedingt bis zum Ende an, denn ich kann nicht alles in den Titel schreiben, aber ich weiß, dass hier jetzt gerade eine Menge an Weisheit durch mich hindurchsprudeln wird. Den Anfang setzen wir hier bei emotionales Erleben. Wir erleben ja unser Leben hauptsächlich durch unsere Emotionen. Wie sich etwas anfühlt, das ist für uns der allerwichtigste Indikator, ob wir das mögen oder nicht, ob wir das als gut beurteilen oder nicht. Also wenn wir uns gut fühlen, dann haben wir einen guten Tag gehabt, dann war es ein schöner Tag, dann war es ein erfüllter Tag, dann haben wir uns wohl gefühlt, dann haben wir uns gut gefühlt, dann haben wir uns richtig gefühlt, dann haben wir uns sicher gefühlt, dann haben wir uns verstanden gefühlt, dann haben wir uns unterstützt gefühlt und dann haben wir uns aufgehoben gefühlt. und das ist dieser emotionale Zustand, der uns so gut gefällt, dieser Wohlfühlzustand, den wir so gerne haben wollen und immer wieder peitscht uns irgendwas dazwischen, immer wieder kommen Gefühle hoch, die uns halt nicht gefallen. Ich kenne all diese Thematiken oder diese Trainings oder diese Teachings oder diese Ansätze, bleibe da bei dem Gefühl und fühle es durch. Genau. Und das kannst du machen. Dann ist das Gefühl weg, bis es halt wiederkommt. Und ich möchte mit dir jetzt hier mal hinter diese Kulissen schauen, hinter die Gefühle, dahinter schauen, wo die überhaupt herkommen ich möchte dir erklären, um was es eigentlich wirklich geht bei diesen Gefühlen. Deine Gefühle sind erfahrene Gedanken, erfahrene Vorstellungen. Du erfährst das, was du gerade glaubst, was gerade bei dir aktiv ist. Jeden Moment in deinen Gefühlen. Deine Gefühle sind ein klarer Indikator dafür, in welcher Welt, in welcher Realität, in welchem Bewusstseinsraum du dich gerade befindest, in welcher Energie du gerade bist. Und der Ursprung dieser Energie, dieses Gefühls, ist nun mal der Gedanke, ist nun mal die Vorstellung. Hallo, hallo, Miriweth. Es ist die Vorstellung. Und zwar, es ist die Vorstellung, um ein Bewusstseinspackage, in dem du gerade bist. Und in diesem Bewusstseinspackage, in diesem Paket, ist die Vorstellung von dem, wer du gerade bist, wer die Welt da draußen gerade ist, wie du die wahrnimmst, wahrnimmst, wie du sie erkennst, was deine Wahrheit gerade ist, das kreiert deinen momentanen, gefühlsmäßigen, emotionalen Zustand. Und das ist doch eine gute Neuigkeit. Weil wenn du dieses Bewusstsein veränderst, dann verändert sich auch dein emotionaler Zustand. Und an den Emotionen anfangen zu rütteln und zu versuchen, die zu verändern, ist Vergewaltigung. Verwaltigung, das ist Ignoranz dessen, was du wirklich bist. Das ist nicht liebvoll, dir zu sagen, dass während du etwas fühlst, dass du das durchfühlen musst, zum Beispiel, dass du bei dem Gefühl bleiben musst, bis es weggeht. Liebe, Selbstliebe, Selbstunterstützung bedeutet, herauszufinden, warum du dich oft in so einem emotionalen Zustand befindest, der dir nicht wohlfühlen suggeriert, der für dich ein Zustand ist, ein emotionaler Zustand, in dem du nicht bleiben magst. Und dann ist es Selbstliebe, herauszufinden, welche Vorstellungen, welche Wahrheit, welche Gedanken, welches Bewusstsein du gerade näherst, aktivierst, um diesen von dir nicht erwünschten Bewusstseinszustand zu erschaffen. Und das ist einfach so, so wichtig zu erkennen. Wir haben reaktive, emotionale Zustände. Wir reagieren oftmals so schnell, dass es uns nicht klar ist, was für ein Gedanke, was für eine Vorstellung, aus welcher Überzeugung heraus dieser emotionale Zustand entstanden ist. Wir haben zum Beispiel, ich nehme jetzt die Angst, ja, wir haben ganz oft Angst. Aber diese Angst kommt, weil wir uns einen Bewusstseinszustand, eine Wahrheit, eine Überzeugung hochgeholt haben, aktiviert haben, die beängstigend ist, der beängstigend ist. Ich habe, ich bediene, ich aktiviere beängstigende Vorstellungen. Und das mache ich, das mache ich ganz alleine. Ich bin Herr meiner Vorstellungen, meiner Gedanken, meines Bewusstseins. Ich bin Herr, ich bin Schöpfer, ich bin Ausgangslage, ich bin Ursache. Ich kann die Ursache verändern, wenn ich erkenne, was zu verändern ist. Wenn dich jetzt deine Gedanken, deine Vorstellungen an deine Zukunft beängstigen, dann gehst du von einem Zustand aus, weil, ob er jetzt ist oder in der Zukunft ist, du verbindest dich mit einem Zustand. Hallo, hallo, Susi. Mit einem Zustand, der dir Angst macht. Du verbindest dich mit einer Vorstellung, die dir Angst macht. Und deswegen hast du Angst. Deswegen kommt dieser Flight-of-Fight-Mechanismus. Deswegen glaubst du, du musst kämpfen oder flüchten. Und viele Leute kommen in diesen Zustand aus einer Fehlinterpretation. Das ist genauso, als wie wenn du neben dir einen Löwen, einen Monster, einen Angreifer erkennst und nicht unterscheiden kannst, dass das vielleicht ein Stofftier ist. Es ist ein Stofftier. Du hast Angst vor einem Stofftier. Weil du eine Vorstellung, eine Wahrnehmung von dem Stofftier hast, das dir nicht erlaubt zu unterscheiden, dass es ein Stofftier ist. Du kommst in Angst und Panik, weil neben dir ein Stofftier ist. Und du nimmst es wahr und du glaubst, dieses Stofftier bedroht dich und es wird dich jagen, es wird dich zerreißen, es wird dich zerfetzen, es wird dich töten. Dabei ist es ein Stofftier. Es ist ein Stofftier. Und so funktioniert es im Leben, in jeder einzelnen Situation. Und ein Klassiker ist, und das ist jetzt wichtig, das kommt jetzt ganz frisch aus einer Coaching-Teilnehmerin. Der Klassiker ist, du fühlst dich von jemandem kritisiert. Du fühlst dich von jemandem schlecht dargestellt. Du fühlst dich von jemandem abgelehnt. Du fühlst dich von jemandem untergebuttert. Und du hast Angst. Du willst dich verteidigen. Du willst wegrennen. Oftmals kannst du nicht wegrennen. Also kämpfst du. Du kämpfst. Du kämpfst, indem du dich verteidigst mit Worten. Du verteidigst dich mit Worten. Du rechtfertigst dich. Du erzählst ein Haufen Geschichten einem Stofftier. Einem Stofftier. Es ist ein Stofftier. Ein Stoffmensch, vor dem du dich verteidigst. Weil du in eine Realität eingetreten bist. Weil du es entschieden hast, wahrzunehmen, dass du bedroht wirst. Dass du dich verteidigen musst. Und die so einfache, eigentliche Lösung ist, ich bin immer sicher. Mich kann niemand bedrohen. Und dann verändert sich die Energie. Dann verändert sich dein Bewusstseinsraum. Dann verändern sich eben deine Gedanken. Und dann verändert sich dein Gefühl. Und solange du nicht in deinem Wohlfühlgefühl bist, solltest du dich nicht verteidigen. Solltest du nicht argumentieren. Solltest du nicht sprechen. Solltest du nicht reagieren. Denn da kommt nur Scheiße dabei raus. Weil du in einem Raum, in einer Realität kämpfst, die du selber erschaffen hast. Gegen ein Stofftier, gegen einen Stoffmenschen, gegen eine Illusion, gegen eine Fata Morgana, die sich in dem Moment, wo du sie nicht mehr wahrnimmst, oder als das wahrnimmst, als Angreifer, als Unterdrücker, als Bedrohung, sich verändert. Und du hast transformiert vor deinen Augen. So kraftvoll bist du, so stark bist du, so eine Macht hast du. Du hast diesen Angreifer, diese Person selbst kreiert. Durch deine, dir oft nicht bewussten Vorstellungen von der Welt da draußen. Von deinem Weltbild. Ein Weltbild gegen dich. Ein Weltbild voll mit Ablehnung, voll mit Kritik. Voll mit Menschen, Situationen, wo du nicht gut genug bist. Und ausgehend von dieser Situation, von diesem Weltbild, von dieser Sache, die du als wahr annimmst, bist du eben da und fühlst dich, machst emotionale Erfahrungen, die nicht schön sind. Und du allein, du allein hast die Macht und die Kraft, das zu verändern. Und diese Veränderung tritt nicht ein, indem du nur Emotionen und Gefühle durchfühlst. Und dann irgendwann mal an den Wohlfühlpunkt kommst. Du brauchst ein Konzept, du brauchst ein Vorgehen, das dazu führt, deinem Verstand ganz klar und genau zu erklären, warum er sich gerade nicht wohlfühlt. Warum er gerade Angst hat. Warum er sich gerade abgelehnt fühlt. Warum er sich gerade ungeliebt fühlt. Deinem Ego, ich mag das Wort Ego nicht, weil es ist falsch belegt. Hier geht es nur um dein logisches, analytisches Denken. Da ist kein Ego dahinter. Das hat nichts mit dir, mit deinem Ego, ich bin, in Wahrheit zu tun. 0,00 nix. Und dieses Wort Ego suggeriert einem immer noch, dass es das Wahre ist, was du bist, aber das bist du nicht. Es ist eine Analyse, eine Programmierung, eine Vorstellung, die du als wahr angenommen hast. Aber es ist nicht wahr. Und diese neue Wahrheit, diese absolute göttliche Wahrheit zu finden und zu erkennen, ist dein allererster Schritt. Und dann zu erkennen, was für eine Welt, was für ein Weltbild daraus resultiert, wenn du weißt, wer du in Wahrheit bist und was in Wahrheit die ganzen Lügen sind und wo die herkommen, wo der ganze Bullshit herkommt, den du denkst, all diese Gedanken und Überzeugungen und Annahmen, die ein Unwohlfühlgefühl, Emotionen erschaffen, die du nicht haben willst, weil sie sich nicht gut anfühlen, weil sie nicht zu dir gehören, weil sie vielleicht zu deinem Ego gehören, zu deinem, ich nehme jetzt wieder das Wort, zu deinem bedrohten Ego, zu deinem bedrohten Ich-Bin, zu deinem ängstlichen Ich-Bin, zu deinem nicht gut genügend Ich-Bin gehören, diese Emotionen. Aber dein wahres, göttliches Ich-Bin, das, was du wirklich, wirklich in Wahrheit bist, und wenn all das, was dein Verstand glaubt und denkt und wahrnimmt, weg ist, weil es nicht wahr ist, dann fühlst du dich wohl, dann fühlst du dich gut, dann fühlst du dich richtig, dann fühlst du dich geliebt, dann fühlst du dich unterstützt. Und wenn das dein Hauptzustand ist, dein Hauptbewusstseinszustand ist, dann spiegeln alle Menschen dir genau diese Realität. Und es wird niemanden mehr geben, der da draußen dafür sorgt, dass du dich unwohl fühlst, dass du dich fühlst, als müsstest du dich verteidigen, dass du dich fühlst, als seist du nicht gut genug. Dann wird das nicht mehr in deinem Bewusstsein, in deiner Realität sein. Also musst du die Ursache verändern. Dein Ich-Bin, dein Seinszustand. Du musst das verstehen. Du kannst nicht gegen deine Überzeugungen denken, fühlen oder handeln. Also musst du deine Überzeugungen verändern, dein Denken verändern. Ganz klar. Und dann wird sich ein anderes Bewusstsein materialisieren und manifestieren. Aber es ist dein Job, den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge zu erkennen. Die Wahrheit, die dir suggeriert wird, die Wahrheit, die dir immer wieder klargemacht wird, dass du fehlerhaft bist, dass du zu kritisieren bist, dass du nicht angenommen bist, dass irgendwas auch nur auf welcher Ebene auch immer falsch ist mit dir. Und das ist doch scheiße, wenn du das annimmst. Wenn du durch die Gegend läufst und annimmst, irgendwas habe ich falsch gemacht. Irgendwas ist falsch mit mir. Und dann wirst du den Beweis im Außen bekommen. Und zum Außen nehme ich auch den Körper. Dein Körper ist die Manifestation deiner Überzeugungen via deiner Gefühle, die dann deinem Körper sagen, dass er gefälligst dafür sorgen soll, dass dein Unwohlzustand anhält. Weil du eben immer wieder sagst, ich bin das, ich bin das, ich bin das. Bitte sorge dafür, dass ich mich nicht wohl fühle. Bitte sorge dafür, dass ich mich eingeschränkt fühle. Bitte sorge dafür, dass ich nicht frei bin. Bitte sorge dafür, dass ich mich nicht bewegen kann. Bitte sorge dafür, dass mir die Kotze bis zum Hals steckt. Weil das bin ich. Und da musst du rauskommen. Aufhören, diese Scheißlügen zu erzählen. Und dann kann er sich dein Körper endlich erholen. Dann kann er endlich zur Ruhe kommen und muss nicht mehr diesen ganzen Bullshit produzieren, damit du diese Gefühle hast, die du mit deinen Gedanken und Vorstellungen auslöst. Kapito? Vielleicht schnell. Dann hör es dir an. Schreib es dir auf. Verstehe es. Frage, wenn du es nicht verstanden hast. Du kannst nicht gegen deinen Verstand handeln. Nie. Du brauchst ihn. Er muss dich unterstützen. Deswegen musst du verstehen, was bei dir abläuft. Du musst verstehen, wie die Dinge dazu kommen, die jetzt gerade im Status Quo sind, damit du sie verändern kannst. Dein Verstand ist nicht gerade angekoppelt, automatisch an das göttliche Wissen, an die göttliche Weisheit. Dass du perfekt bist, dass du wunderbar bist, dass du ewiges Leben bist, dass du die Schöpfung bist, dass du die Kreation bist. Weil es dir halt keiner eingetrichtert hat. Dir ist anderer Shit eingetrichtert worden. Und jetzt musst du dafür sorgen, dass dieser Shit geht und mit neuer Wahrheit ersetzt wird. Das passiert aber nicht automatisch, sondern es passiert, weil du es so haben willst, weil du es entscheidest, weil du weißt, wer du bist und weil du weißt, was du alles bewirken kannst. Weil du die Kraft, dir der Kraft bewusst bist. Du weißt über deine Kraft. Weiterhin weißt du, wie sie einzusetzen ist und es geht nur über den Verstand. Es ist nichts außerhalb von dir. Da ist nichts außer das, was du wahrnimmst. Es ist immer deine Wahrheit. Nur deine allein. Und da kannst du rausgehen und Leute suchen, die deine Wahrheit teilen, um Recht zu haben und dann sei dir halt zwei, drei, vier viele, die Recht haben und sich nicht wohlfühlen. Bringt dir das was? Nein, das bringt dir halt nichts. Du kannst es verändern. Bitte, bitte, tu es. Warte nicht mehr. Warte auf niemanden. Das Leben wartet nur auf dich. Es wartet auf dich. Es wartet darauf, dass du dich zeigst. In deiner Kraft, in deiner Pracht, in deiner Schönheit. Es wird auf dich gewartet. Aber nicht in dieser Bullshit-Version, sondern es wird auf dich gewartet in deiner wahren Version. Und wenn du es in dieser Inkarnation, in diesem Fleisch, in diesem Körper, in diesem Zeitraumgefüge nicht machst, dann halt nicht. Aber es ist deine Entscheidung. Du musst es nicht jetzt machen, aber du könntest. Du könntest es jetzt machen. Du könntest jetzt alles verändern. du könntest deine Welt verändern. Du könntest dein komplettes Umfeld verändern. Du könntest dein Aufstehen verändern. Du könntest deinen ganzen Tag verändern. Du könntest jeden Moment dich wohlfühlen. Wohlfühlen. anfühlen. Geht ja nicht. Es kann ja nicht sein, dass du über Schlechtfühlen zum Wohlfühlen kommen musst. Wer hat sich denn den Kack ausgedacht? Wohlfühlen ist eine Entscheidung, ist ein Bewusstseinsraum, ist ein Zustand, ist eine Realität. Und diese Realität wird von dir in deinen Gedanken wiederum deine Vorstellungen initiieren, erschaffen. Punkt. Da kannst du Kopfstand machen, schreien und zappeln. Es ist halt so. Und wenn du schaust, wie alles gekommen ist, wenn du ein Reverse Engineering machst, wenn du dich mal, keine Ahnung, den ganzen Tag filmst und aufschreibst und wahrnimmst und bewusst wirst, dann kannst du diese Zusammenhänge sehen. Dann weißt du, dass es stimmt, was ich dir sage. Und wenn dein Verstand weiß, dass es so stimmt, dann ist er bereit, Veränderungen einzuleiten. Aber so auf vage, vage, ja, vielleicht, und du musst ja nicht wissen, wieso, weshalb, warum, sagt dein Verstand, weißt du was, ich bewege mich keinen Millimeter. Ich mache es nur, wenn ich mir sicher bin, dass es richtig ist und dass es mich dahin führt, wo ich hin will. Sonst bleibe ich lieber im Bekannten. Das kenne ich schon, fühlt sich zwar oft beschissen an, aber zumindest kann ich das handeln. Also musst du deinen Verstand dazu bringen, dass er das Unbekannte genauso gut handeln, navigieren kann, so dass du dorthin kommst, in eine unbekannte Realität, an ein unbekanntes dir neues Bewusstsein, das du erschaffst, indem du dich anfängst, bekannt und wohl zu fühlen. So ist der Prozess. Es ist noch nie anders gegangen und es wird auch nie anders gehen. Du kannst jetzt hier Bedingungen Erfüller sein, so viel du willst, wenn es da oben nicht anders vernetzt ist, geht nichts anders. was? So, also, du hast die Möglichkeit immer noch, die Frau die alles hat, Kurzversion, Experience Version mitzumachen, morgen geht es wieder weiter, live, die letzten zwei Mal kriegst du als Aufzeichnung, du kommst in unsere Gruppe, du veränderst vom ersten Moment an, geht es bumm, 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 wenn du das möchtest. In diesem Sinne komme ich jetzt zum Schluss, ich habe noch so viel mehr erlebt, ich mache einen kleinen Ausblick, ich war jetzt drei Nächte, vier Tage am Gardasee, warum ich da war und warum ich unbedingt bleiben wollte bis gestern und was passiert ist und es gibt was so geniales, ich weiß jetzt genau wie es weiter geht und ich sage nur sei gespannt, ganz sehr gespannt, es ist großartig, es ist groß, es ist groß, es ist viel viel größer, als ich mir selber vorstellen kann, aber macht ja nichts, ich bin groß, ich muss mir es nur vorstellen können, also bis dann, tschüss